Bereit für das ultimative Disney-Spiel? Es gibt 5 Runden und wenn ihr dasselbe sagt wie ich, seid ihr raus. Wer von euch schafft es bis zum Ende? Runde Nummer 1. Denk an einen Disney-Film. Irgendeinen Film? Ich gebe dir ein paar Sekunden. Meiner ist... Lilo und Stitch. Wenn du auch Lilo und Stitch gesagt hast, dann bist du raus. Wenn nicht, dann willkommen in der 2. Runde. Und zwar will ich jetzt, dass du an eine Disney-Prinzessin denkst. Ja, irgendeine von den wunderschönen Prinzessinnen. Und ich sage natürlich Rapunzel. Einige von euch werden wahrscheinlich rausgeflogen sein, tut mir sehr leid. Aber für den Rest geht es weiter mit Runde Nummer 3. Und zwar denk an ein Tier aus einem Disney-Film. Egal ob Hauptcharakter oder Nebencharakter. Es soll ein Tier sein, wie gesagt. Hast du eins? Dann ist er gut. Mein Tier ist nämlich Dory aus Finde Nemo. Wenn ihr es bis dahin geschafft habt, dann seid ihr echt gut unterwegs. Wir machen nämlich jetzt weiter mit Runde Nummer 4. Und zwar sollst du jetzt an einen Disney-Bösewicht oder Bösewichtin, nennt man das so, denken. Ich habe gedacht an... Ursula aus Ariel. Ich liebe Ursula. Na, wer hat es bis hierhin geschafft? Dann schon mal Glückwunsch, aber einige werden jetzt bestimmt rausfliegen. Letzte Runde Nummer 5. Denk an ein Disney-Lied. Also an einen Song aus einem Disney-Film, aus einer Disney-Serie, was auch immer. Ich denke an das berühmteste. Let it go. Auf Deutsch lass jetzt los. Also let it go. Let it go. Von Frozen, die Eiskönigin. Hat es ihr mir bis zum Ende geschafft?